hallo und herzlich willkommen zu einem neuen testbericht von mir heute gibt es kein typisches unboxing denn dieses stativ hatte ich vorher schon in händen das heißt ich kenne in dem fall alle features schon da ich mir das vorher schon mal anschauen konnte das habe ich in einem anderen video glaube ich bereits erwähnt das habe ich aber schon hochgeladen das könnt ihr auf meinem kanal anschauen da geht es um stativ kaufberatung so ein bisschen was habe ich für stativ was meine erfahrung das werde ich unten auch mal verlinkt da könnt ihr eben vorbeischauen im zuge dessen hatte ich das hier eben schon mal in der hand das habe ich mir jetzt aber auch selber geholt weil mir das gefällt und ich ein zweites stativ hier benötige so schauen wir uns das stativ erst mal an ist der lieferumfang und das modell hier ist von ist die die ein und das heißt ich habe zum extra aufgeschrieben tp 60 denn die modellnummer die steht hier irgendwo nicht drauf ich habe da bei amazon gesucht gehabt da steht es dann das hier ist das stativ lieferumfang schauen wir uns trotzdem an der inbusschlüssel ist dabei und wir brauchen wir den den brauchen wir hier um diese schrauben da oben festzuziehen liegt also dabei die lege ich mal beiseite dann haben wir noch hier folgendes das ist eine handy klemme das heißt ich kann das hier aufziehen es gibt hier einen gewinde und da ein gewinde und dieses gewinde hier passt oben auf den kopf also hier das heißt ich kann das ganze hier auf den kugelkopf schrauben und auch mit dem handy fotografieren solche klemmen kann man auch separat kaufen die gibt es so ungefähr für zehn euro falls euch das interessiert so das lege ich auch beiseite das hier ist der kugelkopf den habe ich jetzt mal abgeschraubt hier unten sehen wir die schraube also die standard gewinde bei foto stativen und eben das gibt diese beiden gewinde das ist glaube ich ein viertel und drei achtel zoll und das ist hier beides vorhanden dann haben wir hier noch was interessantes und zwei ist so eine metallplatte dabei und die kann ich benutzen kann die hier rüber stülpen und kann hier drehen um diese schraube da zu befestigen und zu lösen hat den vorteil dass ich das hier fixieren kann ohne dass die schraube hier dreht während ich sie einschraube finde ich ganz gut gelöst das hier ist auf jeden fall so ein standard kugelkopf nenne ich das mal denn diese köpfe gibt es zu haufe ungefähr 20 euro so ab 20 euro zu kaufen die sind alle recht ähnlich sehen ähnlich aus vielleicht kommen die auch dasselbe fabrik wer weiß und bei diesem kopf gibt es erst mal eine skala bis 360 grad das heißt wenn wir den kugelkopf drehen dann können wir auch immer in winkelschritten fotografieren je nachdem wer das wäre da machen wollen für ein panorama ist das zum beispiel nützlich da haben wir hier diesen knopf das ist die bremse das heißt wenn ich den löse dann bewegt sich die kugel und ich kann das ganze hier frei bewegen wie ich das möchte wenn ich es dann festziehen möchte sich die bremse fest und dann hält das ganze hier dieser zweite knopf wenn ich den öffnen kann ich das ganze rotieren das heißt normalerweise ist das ja auch im stativ dann kann ich den kopf hier eben ganz normal drehen und kann das auch wieder festmachen wenn ich das möchte so so eine tasche liegt auch noch bei nichts wichtiges einfach so eine tasche da kann ich den kopf zum spiel reinstecken dann gibt es noch ein tragegurt den sehen wir hier lege ich jetzt auch mal beiseite und es liegt noch eine tasche bei die haben wir hier ist auch ganz praktisch wenn man das ganze ding transportieren möchte lege ich jetzt aber gerade auch mal in den hintergrund alles hier und dann möchte ich das stativ einmal nämlich noch genauer betrachten eine anleitung liegt auch bei die seht ihr hier da steht eben ja was die einzelnen elemente so für eine für namen haben für eine bedeutung also nichts wichtiges so ich lege das mal beiseite das hier ist das stativ wir haben hier auch wieder so eine dreh drehverschluss halterung die gefällt mir allerdings etwas besser als bei meinem andora denn die ist nicht so filigran die knöpfe sind ja ein größer und griffiger sind doch aus so gummi der es quasi rutschfest sie sind natürlich nicht so gut wie bei meinem wellborn das ungefähr dreimal so teuer ist aber sie erfüllen ihren zweck darum geht's drehgriffe drehverschluss heißt aufziehen dann fest drehen und dann hält der fuß was wir auch noch hier haben ist einen haken und zwar ist es so ich klappe das gerade mal auf hier seht ihr dieses teilchen und das hier ist ein haken den kann man rausziehen da kann man dann was aufhängen dran was wir auch machen können ist wir können hier komplett alles raus schrauben ich mache das gerade mal und wenn wir das hier abgeschraubt haben kann ich die mittelsäule rausziehen und über kopf wieder reinstecken dann zeigt das ganze nach unten und das mache ich jetzt mal kurz so wie ihr seht habe ich die mittelsäule jetzt mal abgenommen hier oben ist das gewinde übrigens für den kopf und hier ist noch so eine gummi lasche da kann ich eine halterung zb dran befestigen ich kann die aber auch abziehen komplett abnehmen wenn ich hier möchte lasse ich aber dran warum sollte ich die entfernen so ich nehme jetzt zuerst mal den kopf und schraube den mal hier drauf dass wir das mal montiert haben der ist standardmäßig ich weiß war mir nicht sicher ob der standardmäßig drauf war wie gesagt ich hatte das schon angeboxt das ist hier kein unboxing sondern ich gehe jetzt hier alles mit euch durch so mache ich das normalerweise nicht aber in diesem fall ist das ebenso so jetzt drehe ich das hier mal rein ich habe jetzt den kopf hier befestigt und jetzt kann ich den hier unten wie ihr seht falsch rum hier rein schieben ich kann es natürlich alles wieder hier oben weiterhin mit diesem rad hier fest drehen und dann kann ich quasi das stativ hinstellen und über kopf hängt das dann quasi nach unten ist eben möglich ist ein feature des ganzen was wir auch machen können ist das ist besonders interessant wir können hingehen und eines der beine abschrauben das ist die einbein stativ funktion also wenn ich dieses bein hier nehme und drehe das mache ich jetzt mal kann ich das ganze nämlich hier abschrauben so wie ihr sehen könnt habe ich jetzt ein stativ bei ihnen in der hand und zwar ist hier noch so ein gummi drumherum und schaumstoff daran erkennt man das erste steht hier oben auch dran aber man erkennt das und das lässt sich halt hier gut greifen das ist besonders praktisch dass das eben an diesem ein bein dran ist und was wir jetzt machen können ist hier oben haben wir wieder das typische standard gewinde ich kann jetzt hingehen diesen kopf hier wieder abschrauben den kopf habe ich jetzt hier wieder abgeschraubt und jetzt kann ich den kopf nehmen und hier ans einbein dran schrauben wie ihr jetzt hier sehen könnt habe ich ein einbein stativ in der hand und das ist ausgezogen ungefähr 142 cm lang das ist eine ausreichende größe und jetzt habe ich eben ein spein stativ das heißt das stativ ist ein bein und drei beinen einem das ist auf jeden fall auch sehr praktisch da muss man das erstens nicht separat kaufen und so ein einbein kann man relativ bequem auch mitnehmen ist auch leicht zwei in einem also quasi der verstellen mechanismus des stativs der gefällt mir auch ganz gut wir haben hier oben so ein hebel den kann ich so drücken und dann kann ich das ziehen und eben öffnen und es gibt hier oben eine stufe zweite dritte stufe und wenn ich auf die letzte stufe gehe und das habe ich jetzt gerade mal gemacht dann seht ihr dass das stativ im endeffekt quasi sich flach hinstellen lässt einbein ist natürlich abgeschraubt ist momentan das wäre normal jetzt eben eingeschraubt das lässt sich also auch sehr sehr flach breitbeinig aufstellen sage ich jetzt einfach mal und eben in diesen beiden stufen nachträge so ein paar wichtige nachträge gibt es dann doch noch denn der teil davor war freigesprochen ohne skript der beiliegende gurt welcher vermutlich für die tasche gedacht ist hat eine länge von 95 cm exklusive haken und auf der unterseite der tasche sehen wir auch hier dementsprechende plastikhaken zum einhängen die beine des stativs können komplett nach oben geklappt werden wenn wir die verstellschalter drücken dadurch entsteht ein packmaß beziehungsweise eine länge von 49 cm und in der form passt das stativ genau in die tasche rein die drei möglichen winkel beziehungsweise stufen der beine blende ich nun kurz einmal als fotos ein damit ihr das mal gesehen habt die tasche macht einen soliden eindruck breiter reißverschluss und zwei zippe aus metall das material sieht auch robust aus die höhe des einbein stativs beträgt mit kopf etwa 142 zentimeter der kopf ist 10,5 cm hoch und wiegt um die 450 gramm das stativ selbst ohne kopf kommt auf 1386 gramm wir erreichen also ein gesamtgewicht von um die 1836 gramm mein fazit der preis liegt etwa zwischen 70 bis 80 euro der beiliegende kopf kostet separat um die 20 euro diese modelle gibt es nämlich alle in recht ähnlicher preis klasse und bauweise auf amazon auch zu kaufen die handy klemme liegt bei etwa 5 bis 10 euro auch hier kann man sich dann separaten preisen orientieren das stativ selbst hat also einen wert von um die 40 bis 50 euro für den preis wirkt es auf mich solide und das gewicht liegt mit allem drum und dran unter zwei kilogramm die drehverschlüsse gefallen mir hier besser als bei meinem andoa q666 weil sie hier mit gummi beschichtet sind und dadurch griffiger und rutschfester sind außerdem sind sie auch größer das ist für größere hände einfach besser zum greifen sage ich jetzt einfach mal mit meinem wellborn stativ das dreimal so teuer war können sie natürlich nicht mithalten aber das ist auch wieder ein vergleich denn der bringt eigentlich nichts da ist alles nämlich noch mal größer schwerer und die verschlüsse laufen da wirklich butterweich kostet wie gesagt auch dreimal so viel die drehverschlüsse am tp60 erfüllen aber auch ihren zweck und halten bisher auch gut bei mehr meine kamera wiegt unter einem kilogramm und heutzutage ist es schwer ohne profi equipment über zwei kilogramm zu kommen vor ein paar jahren sah das noch anders aus aber wie gesagt das stativ hat eine angegebene tragkraft bis acht kilogramm die werden allerdings die wenigsten von euch brauchen und acht kilogramm ist dann vielleicht doch ein bisschen viel für das stativ das ist so wirklich nur das absolute maximum sollte man nicht ausreizen ich finde den preis für das set fair für ein budget von unter 100 euro ist das einen blick wert wer ein budget ab 150 euro hat der kann sich auch modelle von manfrotto oder welborn ansehen das ist natürlich eine ganz andere liga und ich selbst besitze auch noch ein welborn schepra cs640 ein altes das könnt ihr aber leider nicht mehr kaufen deswegen kann ich euch das nicht verlinken im artikel werde ich noch einige technische daten einblenden zu den höhen und zum beispiel zum gewicht zum einbein stativ ohne kopf kopf mit höhe und so weiter ausgezogen mit mittelsäule schaut auch mal vorbei ich nutze das stativ jetzt auf jeden fall hier komplementär zu meinen anderen stativen und falls ihr da noch fragen habt schreibt einfach einen kommentar unter das video ich empfehle euch allerdings auch noch mein video beziehungsweise den artikel zur kaufberatung von stativen wer da eben auf der suche ist der findet auch noch mal interessante informationen und denkanstöße den link packe ich euch auch unter das video das war ein weiterer testbericht von mir für dich und ich hoffe er hilft dir weiter den link zum testartikel und zum produkt findest du wie immer unter dem video in der video beschreibung das war's von mir ich bin raus und wir sehen uns im nächsten video bis zum nächsten video